Ja Leute, herzlich willkommen bei Bayer 78 Television. Heute geht es einmal um ein Elektrik Thema. Ihr seht, ihr habt hier so einen Stecker und so einen Stecker bauen wir heute einmal an ein Kabel richtig ran. Die meisten, wenn ihr euch einmal in eurer Garage rausgeht, dann holt ihr euch so ein altes Kabel und schaut euch das einmal an, macht ihr den Stecker runter, dann werdet ihr so einen Pfusch vorfinden, wie den, wo ich euch jetzt dann gleich zeige. Ich meine, ich bin ja auch nicht anders da gewesen. Ein Freund von mir ist Elektromoaster, Meister und der hat mir einiges erklärt, weil wenn man selber ein Haus hat, dann sollte man ja doch einen Stecker an einem Kabel ohne machen können. Und so banale Sachen sollte man selber machen, wenn es dann in den Sicherungsschrank reingeht, dann bin ich raus, das ist mir dann zu gefährlich. Ich habe allein meine Uhr. Ich zeige euch jetzt, wie das funktioniert, wenn ihr das richtig macht. Eins davor, ich wende natürlich für nichts ein Gewehr, was ich euch zeige, ich bin kein Elektrikermeister, aber das ist doch eine Sache, einen Stecker anzubauen. Den sollte eigentlich jeder kennen, beziehungsweise können. So, hier ist so ein uralt Kabel von mir, von meiner Werkstatt. Das schraube ich jetzt einmal auf mit euch, dann schauen wir uns einmal das an. Weil da drin ist nämlich, glaube ich, so ein Pfusch, wie ich befürchte. Schauen wir den mal auf, dass ihr dann gleich einmal seht, wie soll das nicht ausschauen. Ich traue mir ja wetten, bei vielen, vielen, die zu Hause so Kabel haben, ich zoome mal ein bisschen weiter rein, damit ihr das alles besser verfolgen könnt. Bei vielen, vielen von euch schaut das dann genauso aus. Und ja, ich habe mir das fast gedacht, schaut euch das mal an. Ich hoffe, ihr seht das einigermaßen gut. Hier sind nirgendwo Adern-Endhülsen drauf. Da werden einfach nur die Kabeln quasi abisoliert. und die Litzen einfach in die Anschlüsse gesteckt. Das ist, also so arbeitet man heutzutage nimmer. Ja, also das ist auch Pfusch ohne Ende. Wir machen das jetzt einmal auf. Ich mache mal hier die Zugentlastung auf. Das hier ist die Zugentlastung, da sage ich euch danach dann auch nochmal was. Für was, dass die überhaupt gehört. Wir dürfen jetzt nämlich auch aufpassen, da könnt ihr nämlich ein Kabel auch kaputt machen damit. So, und schraube die ganzen Anschlüsse da auf. Da hat man es extra fest angezogen. In der Angst, weil wir früher wahrscheinlich Schiss gehabt haben, dass die ja nicht aufgehen. Der Stecker kommt sowieso weg. Das ist ja schon so ein uralt Stecker. So, machen wir jetzt raus. So, das ist der Stecker, der wandert in die Tonne. Vergesst nicht, dass die alte, den alten Wasserschutz runter macht. Also das ist so ein uralt Stecker, oder? Na, Kamera, willst du scharf stellen? Ja, also den nehmen wir jetzt nicht mehr her. Den Neue, wo ich da ab, der ist schon ein bisschen jüngere im Baujahr, aber auch immer noch ein Alter. Aber jetzt ist das ja zum fiktiven Zeigen kein Problem. Schauen wir den jetzt erst einmal auf. Schauen wir den auf. So, jetzt. So schaut der neue Stecker dann innen aus. Da haben wir uns schon so Hülsen, wo wir dann die Adernendhülsen wesentlich besser einführen können. Hier ist ebenfalls die Zugentlastung drauf. Die können wir dann auch schon mal locker schrauben. Ich muss immer Acht geben, damit ich die Kamera richtig, beziehungsweise die Produkte richtig in die Kamera holt, damit ihr das einigermaßen mitkriegt. So, die Zugentlastung schrauben wir mal ein bisschen auf. Müsst es aufschrauben. Da kommt dann später letztendlich euer Kabel rein, wird da nochmal sicherheitshalber festgeklemmt. Es ist offen, Zugentlastung offen. Ihr habt hier den Anschluss für die Erde und hier die zwei anderen. In unserem Fall ist jetzt hier die Farbe blau, die Erde und dann hier braun. Kann natürlich auch sein, dass braun einmal schwarz ist oder dass schwarz und weiße Kabel haben. Also die Kabelfarben sind jetzt nicht immer so wie bei mir, die können sich natürlich auch unterscheiden. Ja, da haben wir da einen Stecker. Wie gesagt, das ist das Kabel, jetzt da haben wir jetzt mal derweil weg. So, was braucht man jetzt alles, damit man so einen Stecker anschließt für Werkzeuge? Das zeige ich euch jetzt einmal. Ihr braucht als erstes einmal eine solch eine Adernendhülsenzange. Die habe ich gekauft beim TUM Baumarkt. Die kostet 22 Euro. Wichtig ist, wenn es ja professionell sowas macht, dass ihr jeden Tag zwei, drei so Stecker produziert. Dann gibt es auch eine teure von Knipex. Die kostet dann 100 Euro. Das ist so eine selbst einstellende, ja, hoppala. Die kostet dann über einen Hunderter. Die ist ja dann für einen Profi gedacht. Ich mache das im Jahr vielleicht ein bis zwei Mal, damit ich so einen Stecker neu mache. Da reicht die vollkommen aus. Und ich habe mit ihr da wirklich hervorragende Ergebnisse erzielt. Jetzt muss ich doch einmal wieder kurz ein bisschen rauszoomen, weil sonst seht ihr da nicht alles. Dann braucht ihr, wie gesagt, so eine Zange, dann braucht ihr so einen Phasenprüfer, Schraubenzieher, Längs- oder Kreuzstritts, je nachdem, was ihr für einen Stecker habt. Und da gibt es hier verschiedene Adern-Endhülsen für jede Kabelstärke. In meinem Fall ist es jetzt der 1,5er. Das waren dann hier die Schwarzen. Da gibt es unterschiedliche Adern-Endhülsen. Da gibt es eine Farbtabelle im Internet oder beim Elektriker. Und da könnt ihr dann nachschauen, welche Adern-Endhülsen das ihr für welches Kabel braucht. Und das ist wichtig, damit ihr für das Kabel immer die richtige verwendet. Dass ihr keine zu kleine oder zu große nehmt. Ich meine, eine zu kleine wird wahrscheinlich eine Gär, weil die bringt dann das Kabel gar nicht rein. Aber zu große wäre eventuell möglich. Das sind dann ganz, ganz große. Die schaut ja krass aus. Schaut euch mal diese Riesen-Endhülse an. Das sind natürlich schon Riesen-Aschüsse. Die kann ich mit meiner Zange auch gar nicht mehr zusammenquetschen. Ich brauche heute dann noch einen extraen Einsatz. Aber wie gesagt, solche Kabel mache ich sowieso nicht. Aber alles, was in die Kabelstärken geht, macht bei mir der Elektriker, weil ich habe keinen Bock, dass man die Bude abbrennt. Was wir jetzt brauchen, das sind die 1,5. Für 1,5 Quadrat Kabellitzen. Das sind die schwarzen. Die brauchen wir jetzt, die anderen würde ich mal weg. Das habe ich euch bloß einmal gezeigt. Sie können das so ineinander stecken. Wie gesagt, die werde ich nie brauchen. Ich mache das im Jahr vielleicht ein, zweimal. Aber dann gescheit. Wie gesagt, mir hat das ein Elektriker gelernt, ein Freund von mir, dass da nicht sowas da in Zukunft rauskommt. Das ist schon krass. Da schauen wir die Litzen raus. Das ist heute doch, glaube ich, gar nicht mehr zulässig. Also das ist Pfusch. Da braucht man sich nicht wundern, wenn man dann ein Kabelbrand oder was kriegt und wenn dann die ganze Hüte abbrennt. So, jetzt müssen wir natürlich erst einmal diesen Crew-Statter, den schneiden wir erst einmal ab. Dazu nehmen wir einfach einen Seitenschneider her und schneiden wir das Kabel einmal sauber ab. So. Jetzt habt ihr hier eure drei Leitungen. So schaut es dann wahrscheinlich bei euch aus. Ja, jetzt müsste man natürlich erst einmal diese Außenisolierschicht abisolieren. Und da scheinen sich jetzt schon wieder die Geister. Ich mache das mit dem Massiermesser, hätte ich jetzt schon fast gesagt, mit dem Universalmesser. Es gibt auch so Abisolierhülsen. Das sind so rote Hülsen, die innen ein Messer sind. Die steckt man rüber, dreht man einmal und dann ist das abisoliert. Und ich habe tatsächlich auch so eine. Nur ihr wisst es selber, wie es ist. Wenn man dann so eine braucht, dann finden wir es natürlich nicht. Und so ist es bei mir jetzt auch toll. Deswegen mache ich jetzt das einmal hier mit dem Universalmesser. Und da müsst ihr unwahrscheinlich aufpassen. Ihr dürft nämlich nur die äußere schwarze Hülle abmachen und nicht innen die Litzen anschneiden. Schneidet es ihr zu weit rein und schaut bei irgendeiner von den Litzen da innen aus Kupfer raus. Dann müsst ihr es weiter kürzen, dann könnt ihr es nicht mehr hernehmen. Es ist bei mir am Anfang schon so gewesen, dass ich teilweise einen Meter wegschneiden habe müssen. Weil ich immer wieder ins Kabel eingeschnitten habe. Ich mache das so ungern. Ich mache das am liebsten mit meiner Abisolierhilfe, die ich da habe. Die finde ich, die habe ich gerade einmal wieder nicht. So ist es halt immer. Jetzt schauen wir uns da gerne mal einen Stecker an, was wir ungefähr für eine Länge brauchen. Ja, machen wir es einmal hier. Das ist jetzt ganz wichtig. Ihr nehmt das so her. Und dann tut es ihr nur so drüber wiegen. Ja, wichtig ist, nur ein bisschen einritzen. Was ihr jetzt da gemacht habt, das war sauber zu wenig. Wie gesagt, nur ein bisschen einritzen. So, jetzt kommen wir da schon langsam rein, wo wir wollen. Ihr müsst dann immer ganz, ganz vorsichtig sein. So, da ist das jetzt schon passiert, zum Beispiel. Das beste Negativbeispiel, ich zeige euch das jetzt einmal. So, wenn das dann ausschaut, ich hoffe, die Kamera stellt jetzt scharf. Seht ihr das hier? Hier schaut schon das Kupfer raus. Ist schon vorbei. So, ist schon. Pfusch, nicht machen, hergehen, abzwicken. Und das Ganze nochmal neu machen. Wie gesagt, das ist eine Übungssache. Ich bin jetzt gewohnt mit meiner Abisolierhilfe. Ihr geht es jetzt hier her und dann wiegt es ihr das so drüber. So, einfach immer so, ganz, ganz leicht. Wirklich nicht zu viel. Und jetzt knickt ihr das Kabel ein bisschen ein. Seht ihr das? Und jetzt kommt schon die erste Litze raus. Und jetzt solltet ihr immer nur nachwiegen. Wirklich nicht schneiden, sondern nachwiegen. Ihr knickt das Ganze dann wieder um und wiegt es wieder nach. So, so, bis alle Leitungen rauskommen. So, und jetzt, seht ihr schon, jetzt könnt ihr es einfach abziehen. Zack, so, und jetzt klingen eure drei Kabel frei. Also wie gesagt, ich arbeite hier lieber mit der Abisolierhilfe. Wer die nicht hat, der kann es mit dem Universalmesser machen. Aber wie ich es euch gerade schon gezeigt habe, wenn es irgendwo hier die Litzen rausschauen, wenn ihr es so tief eingeschnitten habt, schneidet es das lieber weg. Wenn ihr jetzt hier keinen falschen Geiz habt, denkt es euch da nicht, oh mein Gott, und wenn es wirklich ist, dann verschneidet es halt das ganze Kabel. Dann müsst ihr euch halt nochmal ein neues kaufen. Das ist eurer Sicherheit, Leute. Dat es da nicht rumknickern und rumknausern, bloß wegen einem halben Meter Kabel. Denn ihr wisst, das kann ganz, ganz böse ins Auge gehen. Also, wenn es wirklich ist, nehmt den Seitenschneider da her und cuttet das nochmal ab. So, wie gesagt, jetzt haben wir drei gleich lange Kabel. Die sollen dann später mal letztendlich hier rein. Jetzt gibt es eins wichtig zu wissen. Das ist die Erde hier, ja. Die Erdung. Die muss immer länger sein wie die anderen zwei. Warum? Das sage ich euch danach. Jetzt schauen wir uns das ungefähr an. Da kommt der rein, da kommen die zwei da rein. Dann können wir die da cutten. So, machen wir hier einen Cut. Also, beziehungsweise schneiden wir unsere Leitungen sauber zu. Die andere, die können wir daneben her tun. Da wird man ungefähr auf die, also wir sollten auf die gleiche Länge kommen. Zack, so. Jetzt haben wir die schon einmal. Ich meine, das Kabel ist auch nicht mehr das Neueste, aber jetzt für Anschauungszwecke ist es ideal. So, jetzt haben wir das. Und dann haben wir da herum noch unsere Erde. Die machen wir ein bisschen länger. Wie die anderen zwei. So. Jetzt haben wir hier drei unterschiedlich lange Leitungen. Die Erde ist ein bisschen länger. Der Plus und Minus. Die sind gleich lang. So. Jetzt geht es da weiter. Wieder müssen wir jetzt hier abisolieren. Das kann man auch mit dem Universalmesser machen. Aber ich nicht mit dem Universalmesser, weil wenn da drin eine Ader, so eine kleine Ader, Kupferader schon weg ist. Das ist Kacke. Dafür gibt es hier solche Abisolierzangen. Die kosten nicht viel Geld. Die gibt es beim Konrad, beim Amazon. Vielleicht verlinke ich euch die ganzen Sachen unten, damit ihr das findet. Da könnt ihr hier genau einstellen, ja, wie viel das abisolieren wollt. Seht ihr, ihr schreibt es einfach hinterher und vor. Ja, und dann isoliert das gleich sauber eure Litze ab. So, ich mache das jetzt mal. Ich zeige euch das jetzt mal. Ich hoffe, ihr seht das jetzt gut, wenn wir warten, dass die Kamera ein bisschen scharf stellt. Na komm, was ist denn los? Jetzt geht es hier so her. So, ich schaue jetzt, dass ich das so reinhalte. Legt ihr euer Kabel da rein. Drückt es einmal hin. Und dann ist es nicht abisoliert. So, warte mal, das ist ein Vorführeffekt. So, jetzt. Seht ihr das? Jetzt ist das abisoliert. Und so macht man das mit den anderen drei Kabel auch. Ja, die lassen sich komischerweise relativ schlecht abisolieren. Weil es halt einfach schon ein altes Kabel ist, ja. So, jetzt. Jetzt habt ihr hier drei abisolierte Kabeln. Ja, das geht es aber sauberner. Ich weiß nicht, warum, dass ihr es nicht macht, weil es halt einfach wirklich schon ein altes Kabel ist. Aber jetzt zum Zeigen reicht es vollkommen aus. So, drei Leitungen sind sauber abisoliert. Und jetzt kommen wir unsere Adern-Endhülsen ins Spiel. Wichtig ist, wir haben hier eine 1,5er Adern-Endhülse. Und hier auf der Zange ist hier, Moment, eine Skala drauf. Auf der Skala steht drauf 0,5, 0,75, 1, 1, 5, 2, 5, 4. So, und jetzt weiß natürlich schon jeder, in welches Loch, da haben wir dann letztendlich, wenn die Zange offen ist, herein müssen. Und zwar müssen wir ins 1,5er rein. Logisch, ne? Weil wir haben eine 1,5er Adern-Endhülse. So, jetzt nehmen wir die 1,5er Adern-Endhülse her. Nehmen wir die her und stecken wir die über die Kabelenden. Da könnt ihr ein bisschen drehen. Zack, das ist eine isolierte. So, und jetzt schaut das so aus. So, und jetzt schließt ihr die Zange ein bisschen. So, und jetzt stecke ich das hier bei 1,5 rein. Und drückt zusammen. Und dann bin ich jetzt voll in die Adern-Endhülse rein und habe die alle in der Werkstatt rumgeschmissen. Kann passieren. Und dann schaut das so aus. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ja, es ist sauber gequetscht. Ich halte es einmal noch weiter hin. Ja, so schaut das dann aus. Schaut natürlich gleich einmal wesentlich besser aus, wie hier mit der Glitze. So, und jetzt mache ich das bei alle drei Kabel. Beziehungsweise bei alle drei Lützen. Ein bisschen drehen beim heraufmachen. Die 1,5er hernehmen. Fertig. Und auch bei der dritten. Nehme ich das her. Jetzt habe ich die ganzen Hülsen da in der Werkstatt verteilt. Wenn da so eine Glitze ein bisschen wegsteht, so eine Adern, einfach ein bisschen nehmen. Nicht zusammendrehen. Lasst es einfach gerade. Nicht, dass es dann am Schluss noch einen Querschnitt verändert. So, jetzt rüber. 1,5 rein. Fertig. So, ich ziehe danach immer noch ein bisschen an den Lützen an, beziehungsweise an den Hülsen. Ich traue denen immer nicht so ganz. Aber wie gesagt, jetzt schaut das Ganze doch schon wesentlich professioneller und besser aus. Wie gesagt, beachtet jetzt einmal das nette Kabel, das ist ein uraltes Kabel. Ich habe das nur für einen Anschauungszweck genommen. So schaut das doch richtig sauber aus. So, wie gesagt, wir haben unsere Adern-Endtür sind jetzt drauf. Die halten auch alle sehr, sehr gut. Und dann bauen wir das Ganze in unseren Stecker ein. Seht ihr denn hier die Zugentlastung? Gut, dann quasi da rein wird das gelegt. Jetzt bauen wir erst einmal, beziehungsweise schließen wir erst einmal die Erde an. Dazu müssen wir natürlich erst einmal die Schrauben alle aufdrehen. So, jetzt haben wir die Erdung rein. Die Erdung ist ja länger. Warum? Ich zeige euch dann. Steckt es jetzt einfach rein. Und zieht es an. Ja, also hier alles mit ein bisschen bedacht. Also nicht anknallen wie blöde, dass sich alles kaputt quetscht, sondern ganz ruhig halt. So, und dann stecken wir hier. Schau, die muss ich natürlich auch erst ein bisschen öffnen. So, Freunde, jetzt haben wir das angeschlossen. Alles sauber drin. Und jetzt legen wir hier das isolierte Stück noch rein in die Zugentlastung. Für was gehört das, die Zugentlastung? Wenn es hier zum Beispiel über das Kabel rüberfliegen sollte. Ja, dann kommt natürlich hier Zug aufs Kabel. Und dass dann das hier nicht gleich aus den drei Verbindungen rausreißt. Sollte das doch rausreißen, haben wir unsere Erde hier etwas länger gelassen. Dann reißt nämlich erst der Plus- und der Minus-Kontakt raus. Und die Erde bleibt noch dran und sichert euch somit ab. Ja, es ist ganz wichtig, dass die länger ist. Das heißt, die Erdung würde quasi am Schluss als letztes aus dem Ganzen rausgerissen. Wenn es denn mal so wäre. Aber normalerweise soll es nicht dazu kommen, wenn es hier eure Zugentlastung sauber reinmacht. Und da ist jetzt auch ganz wichtig, bei der Zugentlastung knallt die nicht an wie verrückt. Ihr könnt mit so einer Zugentlastung eure ganzen Kabel kaputt quetschen. Da gibt es einige, die sind so scharf. Knallt das nicht an wie blöd. So. Jetzt kann man da anreißen wie blöd. Seht ihr, da bewegt sich nichts mehr. Die Zugentlastung sichert das Ganze. Und jetzt habe ich das sauber angeschlossen und gleichzeitig einen riesen Fehler gemacht. Und gut, dass ich das gemacht habe, weil das ist ein altes Kabel. Schaut mal her, was ich vergessen habe, wieder heranzumachen. Das. Ganz wichtig. Ist mir schon so oft passiert. Ihr müsst, bevor es da irgendwas anschließt, das erst einmal über das Kabel schieben. Ist mir jetzt in dem Fall wurscht. Ja, weil das Kabel nämlich alles einfach fiktiv ist. Das ist ein altes Kabel. Nur damit ich euch das immer drehen kann. Ich kann das jetzt von hinten drauf schieben. Und kann das jetzt wieder hier heranbauen. Ja. Bei mir ist es jetzt egal. Wenn ihr das jetzt vergessen hättet. Bei euren ganzen Kabel hättet ihr alles wieder rückgängig machen müssen. Hättet ihr alles wieder aufmachen müssen. Ja. Und hättet ihr das dann quasi raufstecken. Vergesst das nicht, damit ihr diese Hülse erst über das Kabel schiebt. Und dann mit euren Anschlussarbeiten beginnt. Ja. Sonst geht es euch wie mir jetzt. Und bei mir ist es im Endeffekt wurscht gewesen. Weil ich schneide das einfach ab, weil es ein altes Kabel ist. Und dann. Schnippt ihr das quasi hier drüber. Und schraubt es dann hier die Schrauben fest. So und fertig ist der neue Stecker. Das ist ja sauber angeschlossen. Und dann könnt ihr den wieder verwenden. Wie gesagt, jeder der, der sich das nicht selber zutraut, geht zu einem Elektriker. Weil sich das schon verlangen. Gebt es ihm 5 Euro. Wenn es euch unsicher ist. Und dann ist das sauber angeschlossen. So ein Uraltstecker da, der, der schon so ziemlich vergammelt ist, schmeißt es am besten weg. Ihr könnt es einmal in eine Werkstatt rausgehen und könnt es einmal eure ganzen alten Kabel überprüfen. Da werdet ihr mit Sicherheit sehen, dass da dann die Kabel so ausschauen, wie ich es euch gerade gezeigt habe. Und zwar so, dass die da einfach reingeklemmt worden sind. Direkt mit den Adern, ohne Adern, Endhülsen, ohne alles. Müsst ihr mal nachschauen bei euch in der Werkstatt. Ja, wer auch noch sowas rumliegen hat, dann könnt ihr da gleich schon mal schön üben mit den Adern, Endhülsen. Weil wenn ihr ein paar Meter abschneidet und verpfuscht, dann macht es nichts. Ja, Stecker ist dran. Kabel ist wieder verwendbar. Also in meinem Fall jetzt hier nicht, weil ich es abschauen habe müssen, weil ich den Fehler gemacht habe. Lasst euch das gleiche Lehre sein. Steckt die Hülsen immer erst drauf, bevor es mit der ganzen Montage beginnt. Das war es wieder zum Thema, wie machen wir einen Stecker ohne. Das gleiche gilt dann natürlich auch bei einem umgedrehten Stecker. Ja, wir sagen immer Männchen und Weibchen dazu. Also beim Weibchen, das Gegenstück wird genauso angeschlossen. Wenn es euch gefallen hat, wie immer abonnieren, kommentieren. Wenn ihr Fragen habt unter das Video. Und dann wünsche ich euch noch was. Bis zum nächsten Video. Bleibt es alle gesund. Bis zum nächsten Video.